Neues Bitcoin-All-Time-High noch in dieser Woche. Was dafür spricht, das Ganze wollen wir uns jetzt heute gemeinsam in diesem Video anschauen. Wir analysieren den Bitcoin-Kurs auf den verschiedenen Timeframes, werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Exchange- sowie On-Chain-Daten und natürlich die Spot-ETF-Flow-Daten. Zusätzlich gibt es natürlich ebenso ein Update zu unserer BTC 200.000 Dollar Long-Position. Dafür auf jeden Fall dranbleiben. Wenn euch das Ganze am Ende gefallen hat, gerne dem Video mal einen Daumen nach oben dalassen. Wir laden inzwischen seit über zwei Jahren tägliche Videos zum Thema Kryptowährungen hoch. Dazu mehrmals die Woche Live-Streams, Live-Trading-Sessions mit großen BTC-Positionen und hin und wieder mal ein Altcoin-Update. Dementsprechend gerne mal Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr davon in Zukunft nichts mehr. Jetzt starten wir einmal mit den Bitcoin-Spot-ETF-Flow-Daten. Wie gewohnt, was haben wir hier gestern gesehen? Der 18. Tag in Folge mit positiven Inflows. Insgesamt 3000 Bitcoins bedeutet ca. 220 US-Dollar, die in die Spot-ETFs reingeflossen sind. Sehr interessant dabei, große Zuflüsse bei BlackRock, kleinere Abflüsse bei unter anderem dem GBTC und ARK-Invest. Aber im Gesamtbild sehen wir weiterhin sehr positive Daten von der Wall Street. Generell der traditionelle Finanzmarkt ist dem Bitcoin-Kurs gegenüber noch sehr positiv gestimmt. Ähnliches sehen wir auch beispielsweise beim Open Interest. Ein neues All-Time-High. Stand jetzt haben wir knapp um die 40 Milliarden US-Dollar an offenen Positionen. Bedeutet, wir haben ein ganz, ganz großes Interesse, gerade auch von gehebelten Positionen auf dem Bitcoin-Kurs. Wir sehen auch, die Funding-Rates sind weiterhin positiv, steigen leicht an. Das bedeutet natürlich für uns, wenn wir jetzt beim Bitcoin-Kurs ausbrechen sollten, damit werden natürlich auch noch mal einige Short-Positionen liquidiert. Liam hat gestern sehr ausführlich über die Liquidation-Levels-Heatmap gesprochen. Wir sehen das. Gerade dieser Bereich bei 72.000 würde natürlich noch mal einige Positionen aus dem Markt nehmen. Das Ganze läge dann kurstechnisch, sehen wir hier sehr schön, über unserem letzten Peak im Mai. Und dementsprechend könnte es dann zu einer Art Domino-Effekt kommen. Gleichzeitig auch sehr interessant, das CME Open Interest steigt erneut sehr stark an. Vor einigen Tagen haben wir über On-Chain-Daten gesprochen, die zeigen, dass wir sehr, sehr viele Short-Positionen beim CME haben. Warum? Sehr viele institutionelle Investoren sichern sich natürlich ab. Sollte es jetzt noch mal zu einem Dump kommen, wollen sie ihr Portfolio hatchen. Dementsprechend könnte es natürlich auch zu einem rapiden Abfall des CME Open Interests kommen, wenn der Bitcoin-Kurs ein neues All-Time-High formt. Weil dann natürlich hier einige Positionen aus dem Markt genommen werden. Das Ganze löst eine Art Domino-Effekt aus und sorgt dafür, dass der Kurs auch natürlich noch mal schneller ansteigt. Also bedeutet gerade dieses neue All-Time-High beim Open Interest ist sehr, sehr positiv für mich. Wir haben aktuell wirklich ein sehr großes Interesse, eine sehr große Aufmerksamkeit. Und das Ganze könnte natürlich sehr gut dafür sorgen, dass wir weiterpumpen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal einen Blick in die Charts werfen. Aktuell Daily-Time-Frame ganz relevant für mich. Wir sehen, wir sind am oberen Rand unserer VPVR Value Area. Sollten wir heute ein neues Higher High auf dem Daily-Time-Frame sehen, bedeutet über dem Preislevel 71.400 bzw. eventuell sogar über dem Peak 71.950 Dollar schließen, würden wir natürlich diese Value Area hinter uns lassen bzw. dieses wichtige Level kreuzen. Damit natürlich auch noch mal weitere Liquidierungen aus Sicht der Liquidation Heatmap auslösen und damit weitere wichtige bullische Impulse setzen. Liam hat es bereits gestern sehr schön im Daily gezeigt. Wir haben aktuell eine wichtige Widerstandszone über uns, bedeutet 71.600 bis hoch an die 73.000. Sollten wir es dementsprechend heute nicht schaffen, in diese Zone reinzupumpen, werden erneut von dieser Zone rejected, würden wir voraussichtlich auch noch mal darüber nachdenken, aus unserer Position Profite zu realisieren. Sehr schön zu erkennen, knapp 22.000 Dollar aktuell unrealized Profit. Dementsprechend würden wir hier eventuell noch mal die Position verkleinern. Wenn ihr euch übrigens auch für das Thema Trading interessiert, gerne mal den zweiten Link in der Videobeschreibung abchecken. Dort kommt ihr zu Levex, unserem Partner. Da habt ihr ganz, ganz viele verschiedene Vorteile, wie beispielsweise die günstigsten Gebühren am Markt, zusätzlich eine bis zu 5.000 Dollar kostenlose Long-Short-Position und natürlich das Crypto AG Monthly Tournament für den Monat Juni. Insgesamt verlosen wir dort 2.250 Dollar an unsere Community und noch viele weitere Vorteile. Also, wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem Exchange seid und uns natürlich auch noch gerne unterstützen wollt, gerne mal, wie gesagt, den zweiten Link abchecken. Da kommt ihr zu Levex. Jetzt aber einmal zurück in die Chartanalyse. Wie gesagt, Rejection von diesem Preislevel 71.500 bis ca. 72.000 Dollar wäre für uns natürlich eine weitere Überlegung, Profite zu realisieren, weil es dann natürlich zu einer erneuten Korrektur kommen könnte. Eventuell könnten wir dann sogar so ein größeres M-Pattern auf dem Daily-Time-Frame formen. Das wäre jetzt aber auf jeden Fall eher das bearish-Szenario. Sollten wir jetzt jedoch weiter pumpen, bedeutet erstmal hier wirklich, wie es aktuell aussieht, auf dem Daily-Time-Frame dieses neue Higher-High-Form auch am besten hier über diesen Bereich 71.600 Dollar schließen, dann ist das auf jeden Fall erstmal sehr, sehr bullish. Dann haben wir nämlich eine sehr schöne Run-Up-Bewegung gesehen. Auch sehr schön nochmal zu erkennen auf dem Daily-Time-Frame. Wir haben ja diese aufsteigende Support-Linie seit Oktober immer mal wieder retestet. Im Oktober haben wir begonnen, haben dann nochmal einen Retest im Januar gesehen. Erneut im Mai und dann nochmal Mitte Mai sind jetzt aber bei unserer kleineren Gegenbewegung nicht nochmal auf diesen Support abgefallen. Dementsprechend hier natürlich ein weiteres bullisches Signal. Wir haben nicht genug Kraft der Bären gesehen. Spricht natürlich auch dafür, dass wir jetzt weiter pumpen können. Das Ganze zeigt sich auch gerade nochmal auf dem kleineren Time-Frame. Wenn wir uns einmal den 4-Hourly-Time-Frame anschauen, natürlich weiterhin intakt. Unser symmetrisches Dreieck-Breakout-Target wären hier die 65.000 Dollar. Darauf traden wir natürlich. Also bedeutet, wenn wir heute weiter pumpen, natürlich auch auf dem 4-Hourly-Time-Frame. Hier über die letzten Tops kommen, bedeutet 71.600 Dollar. Dort den 4-Hourly-Close festmachen können. Könnten wir auch wirklich noch in dieser Woche bis zum Sonntag auf bis zu 75.000 Dollar steigen. Dafür natürlich auch noch ganz, ganz wichtig. Das zeigt sich, wenn wir uns gerade den 4-Hourly-Time-Frame nochmal genauer anschauen. Wir dürfen jetzt nicht nochmal hier rejected werden. 71.600 Dollar ist also ein ganz, ganz wichtiges Preislevel. Was wir auf jeden Fall jetzt in den nächsten Stunden am besten noch vor dem Day-Candle-Close hinter uns lassen wollen. Da wir sonst natürlich hier die Gefahr hätten, auch auf dem kleineren Time-Frame ein Double-Top-Pattern zu formen. Und damit eventuell sogar nochmal abverkauft werden könnten. Auf, wenn wir einmal schauen, ca. 69.200 Dollar. Sollte dies eintreten, würden wir natürlich eventuell auch sogar nochmal darüber nachdenken, unsere Position erneut zu compounden. Wenn wir eben hier runterfallen, man sieht es nochmal sehr schön, auf diesen mittleren Bereich der letzten Konsolidierung. Das Ganze sollte sich aber am besten invalidieren durch einen direkten 4-Hourly-Candle-Close über diesem Level. Gleichzeitig auch noch sehr wichtig, das ist jetzt vielleicht eher für den kleineren Time-Frame relevant. Wir pumpen aktuell über diese kleinere, abfallende Trendlinie. Mit der letzten Hourly-Kerze sind wir sehr schön auf dieser Linie geöffnet. Pumpen jetzt weiter. Bedeutet, jetzt sieht erstmal alles sehr, sehr gut aus. Wie gesagt, 71.600 Dollar, ein ganz wichtiges Preislevel, was wir hinter uns lassen wollen. Denn sollten wir dort von Rejected werden, werden wir natürlich auch nochmal darüber nachdenken, aus unserer Position Profite zunehmen und uns, wie gesagt, auf einen Dump vorzubereiten, beziehungsweise diesen möglichen Dump zu traden. Stand jetzt sieht aber erstmal alles sehr, sehr gut aus beim Bitkunkurs. Heute gibt es auch noch einen Livestream gegen Nachmittag. Dafür gerne einschalten. Dementsprechend gerne Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Dann werdet ihr mit einer Push-Up-Benachrichtigung informiert, wenn wir streamen. Das war es jetzt soweit zu diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne ganz mal einen Daumen nach oben da lassen. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Video. Das war es soweit von mir. Ciao.